Heute zeige ich euch mal meinen Einkauf Servus Leute Schicke Zitronenkuchen Fürs Wochenende Töschkuchen Gut und günstig Brötchen brauchen wir auch Acht Stück Kartoffel Ecken Dürfen wir natürlich nicht für Händen wieder essen So Gute Fizzakohle Schmeckt immer lecker Jagdwurst Natürlich auch hier was für die Erwachsenen Hubertus Tropfen Medizin Gehacktes Frisch und leise Auch immer lecker Gehacktes Natürlich Ketchup brauchen wir auch Zwei Packungen Fischstäbchen Zwei Packungen Fischstäbchen 30 Stück insgesamt Da haben wir noch Gute Günstliche Nokolade Noch eine Packung Hier nochmal Jagdwurst Ja Ja, nochmal Medizin. Medizinische Zwecke, versteht sich. So, Rucksack leer. Ja, so, 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 ja. Tonbräu und Bierchen, ne, brauchen wir auch. Eistee. Nochmal Eistee und alles. Alles fürs Wochenende, brauchen wir doch statt. Oh, noch eins. Drei. Vier. Fünf. Sechs Tonbräu, hoi hoi. Und noch eine Thronlimu. Man weiß ja nie. So, das war mein Einkauf. Das muss reichen fürs Wochenende. Bunte Bar. Ja. Herrlich, herrlich. Alles lecker, lecker. So. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ne. Ne. Und hiermit sage ich Tschüss. Und hiermit sage ich, noch ein Abo und ein Abo und ein Abo. Und hiermit sage ich noch ein Abo. Vielen Dank.